Willkommen zu meinem neuen Video. Heute habe ich wieder ein Foodall und noch ein Fashionall eine Fliege fliegt hier rum und ich bin gerade von nach Hause gekommen und ich habe gestern noch bei Kaufland paar Kleinigkeiten gekauft und ich werde euch heute ein bisschen anders das zeigen ich werde umdrehen ich hoffe trotzdem das gefällt euch da seht ihr das dann besser ist auch ganz mal was anderes und finde auch ganz gut so solche Videos schaue ich auch immer gerne dass die leute nur die Sachen zeigen und ja bis dann ich hoffe es gefällt euch so mein lieben von dieser Schnäppchenhalle war diese von Lidl habe ich hier meine ich habe bisschen mit der Stimme noch zu kämpfen mit Hals und so aber wird schon besser ich bin nur immer meckern ja wie gesagt die habe ich da gekauft und die hat 40 Cent gekostet die Emoji mit dieser Backaufen dann ABC Balzen auch 40 Cent hätte ich mir mitgebracht aber die waren schon ein bisschen kaputt miteinander für die Kinder und die auch die liebe ich meine Sardinen aber leider habe ich die nur zwei gefunden mit Tomaten in Olivenöl und da war auch noch eine andere in Olivenöl aber da war eine schon draußen da war nur ein Stück drin für 60 Cent und die von Dr. Olivenöl obwohl der Karton ein bisschen platt ist aber was drin ist zählt und ja die hat plus 1,10 Euro gekostet mit Nuss ich liebe Nuss Mischung dann habe ich noch zwei Zucchini ich weiß gar nicht wie die gekostet habe ich glaube unter 1 Euro dann für die Kinder sie lieben diese diese hier mit Frucht wie heißen die denn Mentos ne aber drei Stück kostet nur achso das ist schon von ich bin jetzt schon durcheinander hier der noch von Schnäppchenmarkt hier Wiener von Eloino aber die ist noch bis nächstes fast noch über ein Jahr gültig 80 Cent und die Piri Piri das gibt es bei uns in Portugal steht die sogar hier portugiesisches Produkt auch portugiesisch natürlich ja 30 Cent scharfe Soße und dann bei den normalen Lidl war ich noch da heute ein bisschen faul bin keine Lust ab zu kochen habe ich für meinen Mann und für mich so eine Bolognese so eine Lasagne für fertige Lasagne mitgenommen 1,18 Euro die hat aber noch viel ganz viel Zeit ich weiß nicht wieso die reduziert war oder hier steht 13. das ist noch lange 2 Stück und die Kinder essen dann Null mit Tomatensauce und dann noch für die Woche weil ich habe jetzt schon na nicht wir werden nicht jeden Tag Fleisch essen aber hier habe ich Fischstäbchen die waren für 1,35 anstatt 1,65 oder so weil die teurer geworden sind ein Lauch für 49 Stück 2 zu und 1 Euro dann waren die reduziert für die Schule die hat fast einen Monat Zeit aber wieso die reduziert waren weiß ich nicht 24 Heidelbeere und Kirsch macht sie gerne dann so ein Brot ist noch ganz weich ist von gestern aber sie ist noch ganz weich deshalb halben Preis 65 Cent dann 5 Plotini oder wie die weisen die waren normal kosten die 29 aber 5 Stück für 1 Euro da günstiger ist 99 die Erdbeeren ja und den Rest habe ich von Kauflern von gestern mitgenommen die waren im Angebot 99 6 Stück von Vata dann die waren auch zu 80 Cent mit Chili Sweet Schinken Nuggets dann so ein Glätterteig 69 für so diese meine die mache ich immer mit Würstchen aus Portugal die wir jetzt bei dieser anderen Supermarkt kaufen Klever heißt der dann zweimal Pizzakäse für meine Pizzas ich weiß nicht ob ich die jetzt im Pizzatag selber mache oder die fertig schon kaufe mit Soße auch zu 1 Euro anstatt 1,69 Euro das war im Angebot die auch zu 1 Euro war irgendwie alles gestern zu 1 Euro die auch die Kinder haben schon rausgenommen die große Tomaten über alles dann für mich auch zu 1 Euro anstatt 1,69 Euro oder so Tierwurst 4 zu 79 Euro und die waren auch habe ich noch nie gegessen so ein Kaminfeger diese Salami mit diesen Jungen auch zu 1 Euro alles die auch zu 1 Euro schon fertig gewürzt für Hackbällchen oder Frikadellen oder Hamburger oder was sonst die Normalpreis 55 Euro die auch zu 1 Euro einmal Orangen Mango und Birne ja das war es dann jetzt werde ich euch zeigen was ich da dann für mich schaut mal so ein Overall ein Jump Suite liebe ich mit so die ganz äh warm drinne große M weil zum Schlafen oder für zu Hause muss man nicht so eng angezogen sein zu 2 Euro dann und dieselben auch in rosa aber da war nicht eingepackt war schon nur so und dann ich habe heute irgendwie für mich ein bisschen mehr mitgenommen aber ist ja nicht können ja nicht immer Kinder sein dann für mich Slippys 5 Stück ich kann euch mal eine zeigen noch zu 2 Euro alles wie gesagt Klamotten am Samstag immer 2 Euro und Freitag teurer solche normale für meine Tage wenn ich meine Tage kriege ähm so dann noch eine Jacke für mich in grün ich zeige euch mal wie die aussieht so auch Waren drinne schaut mal auch ganz Waren hier dann noch eine Jacke Thermo Jacke Strict Fleece Jacke auch große M und der andere ist große S aber von diesen Rosen war nur M da und wenn es zu groß sein soll ist ja nicht schlimm das ist nur eine Jacke auch mit ganz Waren drinne weil er jetzt heute geschneit hat wieder wir haben noch noch äh paar kalte Tage unter uns vor uns meine ich und für die kleine zwar noch groß aber kann sie dann nächstes Jahr tragen ich habe ich fand sie so süß mit Punkten für die kleine 122 sie trägt schon 116 aber für nächstes Jahr kann sie da noch schon tragen für 2 Euro wie gesagt beide dann für die große zwei solche Sweet Hose Mädchen 134 140 und einmal in schwarz mit anderen Motiven hier mit so sieht man hier nicht so gut ne aber schwarze und das das kann sie jetzt noch tragen für die kalte und dann im Frühling die weiß meliert so und für die kleine habe ich hatte ich letztes Mal eine solche so ähnliche aber die waren mit Feldrinne die war noch bisschen zu groß weil ich 110 116 gekauft habe und jetzt habe ich 98 104 jetzt kann sie schon im Frühling tragen so meliert blau und hier noch mit glitzer und dieselbe noch in schwarz blau und hier noch mit so schwarz schleifchen finde ich ganz süß solche mit hier und die blauen finde ich süß sowas hätte ich auch gerne für mich aber da war nichts für mich da war nur ganz weiß und die mag ich nicht und hier auch passend mit dieser das ist diese große die sie hat auch diese mit glitzer 110 116 mit glitzer schaut mal so süß kann sie so tragen ja für 4 euro hat man so ein ein outfit ist doch gut ne und die kleine hat sich das ausgesucht so zum spielen einfach solche briefumschläge für 14 cent so in farben so kann man auch für briefe nutzen oder so ist auch nicht verkehrt und dann auch für meine spüle auch 40 cent solche geschirrreiniger mit spülmittelspender oh habe ich gar nicht gesehen ich habe nur hier gesehen aber dass es hier mit spülmittelspender war habe ich gar nicht gehabt dazu aber die kleine wollte eine für ihre küche mit zum spielen und die andere für mich ja mein lieben ich hoffe meine kleine haul aber fein hat euch gefallen aber immerhin schon 10 minuten und ich hoffe wir sehen uns machts gut und vergisst nicht mir einen Daumen nach oben zu geben oder Feedback würde mich sehr freuen oder ein Abo auch natürlich und machs gut bleibt gesund und bis zum nächsten mal tschüss ihr lieben bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal